Wir kommen zur wichtigen Arbeit von Alexei von Jawelenski, Nummer 33, Mädchen mit Zopf von 1910. Auch hier ein Zusatz in der Provenienz. Es war bis 1957 im Nachlass des Künstlers. Dafür kann ich hier beginnen bei 3 Millionen Euro, sind hier geboten, 3 Millionen, vielen Dank, jemand mehr als 3 Millionen Euro, 3,2 Millionen sind hier, 3,2, jemand mehr als 3,2 Millionen, 3,2 Millionen. Hier am Telefon bei 3,2 Millionen Euro, jemand mehr, 3,3 Millionen kann ich sagen, 3,3, 3,4, 3 3,4 Millionen bei Frau Mohr am Telefon, 3,4 Millionen und 3,5 Millionen, 3,6 Millionen, 3,6 Millionen, bei Frau Mohr, 3,6 Millionen, 3,6 Millionen, 3,6 Millionen Euro, 3,6 Millionen Euro, 3,6 Millionen Euro, 800.000. Und 3.900.000. 4 Millionen, vielen Dank. 4 Millionen, hier geboten, bei Frau Mohr, am Telefon. 4 Millionen, 100.000. 4 Millionen, 200.000. 4 Millionen, 300.000. 4 Millionen, 400.000. 4 Millionen, 500.000. 4 Millionen, 600.000. 4 Millionen, 600.000 Euro, bei Frau Mohr. 4 Millionen, 700.000. 4 Millionen, 800.000. Hören wir gleich. Ich nehme dich beim Wort. Alles gut. 4 Millionen, 800.000. 4 Millionen, 900.000. Du wolltest doch bei 5 Millionen einsteigen. Da wäre jetzt die Gelegenheit. 4 Millionen, 900.000. Aber jetzt ist es soweit. 5 Millionen. 5 Millionen Euro bei Frau Mohr. Und 5,1 Millionen. 5 Millionen, 200.000 Euro. 5 Millionen, 200.000 Euro. 5 Millionen, 300.000. 5 Millionen, 300.000 Euro, bei meiner Frau, am Telefon, zum Zweiten. Und 5 Millionen, 300.000 Euro, definitiv zum Dritten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020